ARD Text im Auftrag von Funk Ich spalte mein Inventar, okay, warte, ich mache hier noch gerade die, oh scheiße Die Torch wieder drauf, klack Ey, voll, hör auf, lass mal anfangen Pfui komm lass mal survival starten Lass survival starten Lass mal ne runde survival starten Blub blub blub, blub 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 willkommen zu einem weiteren Video Dieses Mal In Minecraft mit Robin Hey ho Wo ist Tazan? Da-dum, da-dum Hier ist er Nicht schlagen Nicht schlagen So wir sind in Warte, warte, warte Ich hab vergessen, wie es heißt Light in the dark Das wusste ich jetzt auswendig Hast du die Regeln mal vorgelesen? Du sollst übrigens keine Blöcke Trampot machen, deswegen würde ich dir empfehlen Den Block aus der Hand zu nehmen So als T- Warte, warte, guck So, ähm, ja Sprüngen wir da runter Ich muss doch auf Peaceful stellen, ne? Ach du Scheiße Ich muss meine Options noch ändern Ja, warte Smooth Lighting war aus, ne? Oder sowas Kannst du mir mal grad was zu essen geben? Bitch Warte Ähm Defi Kulti Null Warte mal OP Black Warte mal Ich glaube ich hab hier grad'n Don't have permission Okay, ich glaube ich hab hier grad'n Fehler gemacht, okay, aber egal Ähm So Würde ich mal sagen Warte, ich hab 3D-Effekte an Warum? Ja, weil ich die gerade aus Versehen angemacht hab, warte mal Follow the light always Never stay off this path Bist du's runtergegangen? Natürlich Oh, ich dachte hier oben irgendwo am Arsch der Welt Was hast du denn jetzt gemacht? Kannst du mich mal Ich hungere trotzdem Bitte? Ich hungere trotzdem Äh Da gibt's eine einzige Möglichkeit, guck mal mit Ich geb dir was Okay Hey, schaffst du nicht Musst du ein großer Junge für werden Kannst du mal aufhören? Wir gehen mal hier durch die Tür Wir gehen Alter, hast du's jetzt oder so Jetzt spippt doch endlich mal, ey Du hast ping-forteil, das weißt du, ne? Ich weiß Ah, fuck Wie viele Herz'n hast du denn da? Voll Wo läufst du hin? Who? Nein Okay Ähm The light shines in the dark place Let the light guide you Never stay too far away The light comes from above Never take your eyes off it Äh Ich spörst die Kälte Okay, also immer schön aus Licht gucken Und dann, äh, stöp man auch nicht Ich hab den Schalter schon umgelegt, ne? Dann leg ich den nochmal um Hast du den jetzt nochmal umgelegt? Weiß ich nicht Pfosten So Sometimes it's hard to see the light But let it guide you Boah, Robin, jetzt hör auf sofort zu sprinten Ich möchte dir auch noch was machen Ich hab dir die Aufnahme Du Arschloch Was ist das? Ach, ne, mach ich doch nicht Ähm Ähm Ey, ich versteh das Spielprinzip nicht Du musst, äh Also irgendwo Irgendwie Zwischen diesen Ähm Lichtdingern sind Ähm Schwarze Klötze So, jetzt musst du da so So eine virtuelle Linie zwischen herstellen, genau Äh 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 Genau Okay 3 Keys 2 Doors 1 Exit No Floor Never look back And the keys are yours Äh Du machst das Ich geh woanders hin Autsch Deswegen sollten wir beide eigentlich aufnehmen Dann wäre das Ganze einfacher Ah, okay Ich hab das Spielprinzip verstanden Ich renne das wieder zurück Super Und das Spielprinzip verstanden Es ist aber Äh Äh Also für alle, die sich gerade fragen Ich guck nach oben, ne Das ist 3D-Optik ist momentan komplett weg Dann guckst du nach oben Weil die Lichter oben an der Decke sind Face the light of the horizon And walk away from it Du siehst, du siehst doch Ja Äh, das ist ein scheiß Die Lichter oben, die Lichter in der Decke Die, die, äh Bringen doch gar nichts Doch Nein So sepp Boah, leck mich doch Was, was ist das denn? Wo spawnt man denn? Spawnt sie in diesem kleinen Vorräumchen Kann man nicht direkt hinten wieder spawnen? War, bist du zu dumm dazu? Wer? Du Bist du mit deiner Welt schon durch, oder was? Ja Warte Hier ist zwischen Zwischen so zwei so Dinger Bekomm ich gar nicht mit klar Wieso kann ich dich hier nicht schlagen, du wickste Aua Wie, Aua Shadow Stand under the light in the sky Arschloch So War schon mal ein Abgang Pfosten Jetzt musst du auch wieder laufen Ja, muss ich auch wieder laufen Die Tür ist da auf Hier ist sie nicht Lass die Tür auf Ähm Warum ist die Tür nicht auf? Ich schreibe den Schalter Hast du bei dir den Schalter umgelegt? Ja Und bei mir den auch? Ja Sicher? Ja Ziemlich sicher Ah, bist du runtergefallen Opfer Dann weiß ich nicht warum, sagst du mir Dann leck mich doch Der Schalter ist unten Der, der, der bei mir hinten auch Das siehst du ja schon, wenn du Ah Ah Wow Was? Wow 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 Verstanden? Verstanden worum es geht? Mhm Da ist ein Licht Angegangen Da Und hier oben ist eins Hier ist eins Da ist eins Und wenn man dann rückwärts geht Dann Nein So Jetzt aber Also da wäre eine Leiter gewesen Felix, guck mal über dich Guck mal über dich Ja, ich gehe jetzt in den nächsten Raum Nein, guck mal Stell dich mal bitte vor die Schalter Und guck mal über dich Opfer Opfer So The darkness is fading It's almost to be defeated The light has ups and downs Sometime It skips a beat Nein Nicht das Lied My heart Skips 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 A beat Halt die Schnau Aua, warum bin ich denn jetzt runtergefallen? No idea Pisser Spawnen wir jetzt immer Hier Ich habe so das Gefühl Ja, ich setze gleich meinen Spawnpoint Setz mal noch So 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 Wie ging das nochmal? Spawnpoint Ähm Bist du da schon durch? Ja Ist doch voll easy Läufe Warte Läufe Wo muss ich denn hier hin? Du musst springen Guck mal Also die Dinger Du siehst doch Du bist richtig gespawnt Du bist richtig gespawnt Okay Ich sehe die Dinger an der Wand Und die Dinger sind jetzt im Boden oder was? Die sind vor dir sozusagen Das heißt ich gehe jetzt Welcher Block ist denn das hier? Das heißt ich gehe jetzt Eins Zwo Drei Vier Fünf Weiter kann ich nicht Das heißt ich gehe jetzt Einen nach Nicht nach vorne Nach oben Ach so Warte ich zeig das mal ganz Ich tu mal das Das Texture Pack raus Und schmeiß mal das richtige rein Geil Lol Lol Kann ich denn hier nicht über die Settings? Ne Versuch es einfach mal Eine Sekunde Nein ich meine die Light Settings meine ich Zwei Minuten Was meinst du? Über die Light Settings Ne versuch es einfach Das ist doch der hier oder? Ja Da ist auch noch was In die Kante runter Sneaky bis in die Kante So da gehe ich jetzt Scheiße man sieht ja gar nicht wo man hinspringt Ach Mach ich jetzt einen normalen Jump Einen nach oben Stehe ich jetzt hier rechts gegen? Musst du aufhören gleich oder was? Ja ne ne Gleich gibt es Frühstück deswegen Können die Episode noch zu Ende machen Es sind zwei zwischen ne? Ja Ich versuche immer so da zu sein Wo du gerade sein müsstest Alter was sind das jetzt? Komm ich da überhaupt hoch? Ja Echt? Ja wenn du Anlauf nimmst Ja Das ist in einem Block Jump Wo stehe ich denn hier? Da ist gar nicht die Kante Und das Kante Okay Das heißt hier müsste ich jetzt ungefähr Mitte Block stehen ne? Du stehst mittig auf dem Block ja Perfekt Geile Sache Jetzt stehe ich da unten Jump hoch Und jetzt noch einen ganz weiten Sprung Alter wie weit geht der denn? Der ist 1, 2, 3 Bin ich danach schon im Ziel? Ja Oder kommt da gestern noch ein Block Platz zwischen? Sag ich nicht Ups Ups Okay Risiko Ah Mist Okay Pisser So warte eine Sekunde Oh ne das wollte ich gar nicht Ähm Resource Packs Light in the Dark Pack So Okay lasst zusammenarbeiten The darkness is near fear The sixth key await Fangen wir hier an The light has been split apart from the darkness It is still here but appears from some darkness Hier fällt man gar nicht runter Hier ist die Tür Äh 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 Fertig You hear your door open in the distance Nicht nochmal umlegen ne Wir bist nur jetzt wieder da rüber gekommen Äh rüber gesprungen? Ich hab die nächste Tür gefunden Ich auch Fuck Fuck hier ist ja gar nichts Äh 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 Ich seh gar nichts hier Hallo Hallo Was ist denn das jetzt hier Ah ich muss springen Okay Äh wieso kannst du mich schlagen Ich dich nicht Ach stimmt Ich bin noch im Creative Entschuldigung Hab ich vergessen Ähm Game Mode M-Mode M-Mode 1 Nee Game Mode 0 Was doch So Eine Tür machen wir noch oder? Geh mal die Tür rechts daneben hoch Hier oben wo ich bin Hier Wissen du Die Tür rechts daneben Die ist zu Ja ich weiß Jetzt ist er auf Nananananana Sieht geil aus Wieso schlägst du mich Wenn ich dich nicht schlagen kann Du kannst mich jetzt wieder erschlagen Äh Oh Da war ein Loch Wenn man sich einfach mal merkt Wie das oben an der Decke aussieht dann kann man das eigentlich übelst schnell machen. Jojo. Ich wollte ein bisschen 3D-Gefühl haben. Oh. Ich nehme das zurück. Alter, es kommt nur noch einer, Blocks. Nein! Zu spät abgesprungen. So. Hopp, 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 hopp. Ha. 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 Oh, bist durch. Und runtergefallen. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir die nächsten Türen in der nächsten Episode. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später. Tschö. 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 Alter. Alter. Tschö. tier von